7 vs. Wild meldet sich mit einer vierten Staffel zurück. Seit Oktober läuft die Survival-Show von Fritz Meinecke auf Amazon Prime und YouTube. Mit dabei sind die Outdoor-Experten Joe Vogel, Stefan Hinkelmann und Joey Kelly. Die Influencer Flying Uwe, Let's Hugo, Julia Beautix und Selfie Sandra vervollständigen den Cast. Das Ziel der Gruppe ist es, 14 Tage in den Bergen Neuseelands auszuhalten. Anders als in den vorherigen Staffeln dürfen die sieben Teilnehmer nicht selbst entscheiden, welche Gegenstände sie mitnehmen. Stattdessen müssen Joey und Co. Koffer im Gelände finden, in denen hilfreiche Dinge wie Feuerstahl und Messer versteckt sind. In den ersten Folgen ist vor allem die Kälte für Hugo, Sandra und Julia ein Riesenproblem. Aber auch zwischenmenschlich kommen manche Kandidaten an ihre Grenzen. Joe und Stefan möchten beide ihren Willen durchsetzen. Die übrigen fünf Teilnehmer vertrauen eher auf den Biologen. Stefan findet danach in der Gruppe keinen Anschluss mehr und bricht das Experiment ab. In Folge 6 erklärt der Bushcrafter, Das ist so ein krasses Mobbing, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Kurz darauf erscheint ein Helikopter und bringt den Ex-Soldaten zurück in die Zivilisation. Für die übrigen Teilnehmer geht der Überlebenskampf weiter.